wo ist denn diese komische saat hier ein kilometer muss ich da noch weiterfahren doch ich muss noch weiterfahren ja ich habe nämlich dabei ich bin auch von da gekommen die fahre ich wieder raus oder war das einmal ein kreisfrage keine ahnung ich habe mich nur gerade gewundert was rechts abbiegen also ich muss jetzt hier rein es ging die schranken dann auf wir müssen ja wenn ich jetzt wieder verkehrt ich weiß ich muss noch ein stück weiter ich sehe es gerade ja ich habe mich verfahren gerade ja ich sehe es ja hier ist doch ich den doch hat das ja ist doch mal gut noch mal auf sie sind aufwesten oh gott das muss ich hier noch ankoppeln was ist das denn für ein scheiß ding ich muss mich erst mal hier lang aus so jetzt fahr los habe ich den hänger jetzt dran oder nicht ja ja jetzt wo wir müssen wir raus das ist doch gut und auf wiedersehen wir haben 300 wo das ist doch langer sind aber schwer oder das ist jetzt wieder durch diese schranke rein naja geh auf wo hast du kein navi ja das problem ist aber wenn du da macht er dann navi rein da muss ich extra verkehrt fahren hier ist schon wieder eine schranke wieder raus dritte schranke jetzt schon da habe ich jetzt schweigen gehabt ich wäre fast vor der schranke geknallt das gehört vollgas ich habe vollgas so jetzt muss man nach links das ist ein stopp schild jetzt weiß ich nicht ob die vorfahrt haben ja dann haben wir einen tisch geboren habe ich ja gemacht gleich verliere ich dich nicht mehr aber ich kann eh nicht schneller fahren wie 46 hier hier ist die tankstelle hier ist die tankstelle Salem das muss ich hier da links ablesen das muss ich hier da links ablesen ja ja oh was war das denn jetzt auf einmal ich will doch auf einmal geprüttelt ach nee das muss da jetzt nicht sein hier irgendwas stimmt hier nicht warum kann ich denn jetzt hier nicht fahren ich habe da noch meine scheinwerfer angemacht das habe ich hier gar kein das ist irgendwie doppelt das müssen wir noch mal einstellen ich krieg hier keinen gar nicht ich merke das ja normalerweise geht das aber nicht das ist jetzt grün oh eh der hat ja das kann ich nicht schnell hinten drauf ne ich muss noch einen Lkw anschieben das ist sehr nebelig hier ach du hebelig jetzt sehe ich gar nichts mehr ach das ist ja wirklich hier nicht so schön das mag ich nicht das hast du mit Absicht gemacht dass ich so wetterhaarig jetzt hier naja klar ich fahre nicht so gerne so koppelig ich sehe gar keine Spuren mehr hier super tolle Fahrt geht das jetzt die ganze Zeit so ich sehe nicht hier weiter raus uhhhh wo denn das ist echt gar nicht so ach ja jetzt hör'n doch mal auf hier zu regnen das ist effektiv das irritiert mich hier Ich glaube, die Fahrbahn wird noch glatt jetzt hier. Das hast du bestimmt noch hoch gestellt, wahrscheinlich. Dein Lachen sagt schon alles. Wenn ich mich jetzt hier verfahren, dann nicht versorgen. Ich bin ja hier irgendwie in der Mitte, wenn ich das richtig sehe. Ich habe hier keine Ahnung mehr. Ich sehe doch nicht mal hier die Abbiegung. So nebel. Ja, aber ich muss hier irgendwo abbiegen. Hier ist Mistrichtig. Du kommst bis hinter mir her. Oh Scheiße. Oh, noch 3. Ich sehe hier nichts mehr. Jetzt machen wir irgendwo so ne komische Brücke hier. Oh Scheiße. Jetzt hört es langsam auf, oder? Es wird heller. Okay. Nein, ich bin nicht unter der Brücke. Weißt du, die Fahrbahn... Unter der Brücke war ich noch nicht. Ich bin auf der Brücke, aber nicht unter der Brücke. In der Rechtshalle. In der Rechtshalle. Oh, das ist so glatt hier, ey. Oh, das ist so glatt hier, ey. Oh, jetzt ist es doch schon hell, jetzt. Kann man der Regen endlich mal aufhören. Ja, toll jetzt. Siehste. Jetzt habe ich wieder irgendwas... Das hat zwei Funktionen hier, das Ding. Ja, das ist deine Einschränkung. Stellungsschatz, hier, ich habe Probleme. Du hast das anders eingestellt. Mein Lenkrad ist richtig. Wenn ich es so mache, habe ich meine Scheinwerfer. Wenn ich es so mache, habe ich meine Bremse. Und wenn ich das mache, ist meine Bremse aus. Das ist bei dir verkehrt eingestellt. Also nach deine Richtung eingestellt. Deswegen habe ich hier Probleme gehabt eben gerade. Jetzt lass mich erst mal wieder weit überholen. Ja, ich habe einen Wandel nicht. Ich hoffe, was ist, wenn ich Regen anmache? Geht die Kupplung auch an? Das will ich weg haben. Hast du wieder gefunkt? Nein. Ich habe nicht gefunkt. Hallo? Ich weiß nicht mehr, wo der Funkknopf ist. Musst du mal funken mit jemandem? Ich gebe dir eine Anfrage. Nein, er hat nichts gesagt. Keine Ahnung. Bist du hinter mir jetzt? Ja, ich sehe mich. Ich habe keine Ahnung, ob der Wolkenzüge noch ist. Ich habe keine Ahnung, ob der Wolkenzüge noch ist. Das macht nicht mehr. Ich glaube, es ist hier ein bisschen mehr. Entschuldigung. Und jetzt ist die Uhrweg. Du hast keine Ahnung, ob der Wolkenzüge noch hinein. Ja, mir loben. Ich habe keine Ahnung, ob der Wolkenzüge auch ein bisschen mehr. Oh... Ich habe keine Ahnung. Bitte links halten, Schatz. Nicht nach rechts runter fahren. Ja, es sind nur 216 km. Ja, ja. Willst du mit jemanden? Ja. Liegestation, die steht hier bei mir jetzt. Keine Ahnung, hat er nicht gesagt. Ich fahre da jetzt einfach mal rein, wenn ich sehe, was der will. Was? Ja, ich geh da jetzt auch hin. Ist doch nicht so schlimm. Ist doch nicht so schlimm. Kann ich doch machen. Hä? Hat es nicht angezeigt? Kann ich weiter fahren oder was? Hat nicht angezeigt? Ja, da war bestimmt bei dir grün. Taste für die Durchführung der Überprüfung. Keine Ahnung. Vielleicht kann ich weiter fahren. Ich hab keine, aber ich kann leider fahren. Keine Ahnung. Warum bist du drauf? Ich bin ja auch drauf gefahren. Kommt da jemand? Nö, also ich war jetzt... Bei mir hat keiner was gesagt. Ich bin da trotzdem drauf gefahren. Stand irgendwas mit Dings, aber... Ich weiß es nicht. Kann das sein, dass du Dekan hast? Hm? Kann das sein, dass Dekan irgendwie anders ist. Was hab ich denn gehört? Oder? Ich hab jetzt... Wie war Saab 5 von 14? Was ist denn das überhaupt? Genau. Was machst du da für Scheiße? Denkt dran geradeaus, nicht hochfahren, ne? Was ist das für ein Gerüst da oben? Das ist gleich wie der Fieder. Ja. Mach mal auf. Ja. Hier kannst du Fotos machen. In der Nähe. Wer ist da ein Aussichtspunkt entdeckt? Wer ist da ein Aussichtspunkt entdeckt? Na ja. Ich weiß ja nicht, wo weit du bist. Ne, bin ich schon weit vorne und dann bin ich ab und dann. Ja. 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 Was hast du für einen? Ja. 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 Habe ich auch gerade geguckt. Mein Sprit ist auch ganz schön niedrig. Normalerweise müsste ich mir den gucken. Ich habe jetzt auch keinen Bock da hochzuford zur Tankstelle. Jetzt mal Prado aus weiterfahren. Das wird nicht mehr. Ah, nee, hier Bananen. Saatgut oder so, was ist das? Ja. Oh, ich habe 108 drauf. Die Berge. Ich habe jetzt mal die Berge hier. Oh, meine Knie. Guck mal die Berge hier an. Siehst du die auch? Oh, was war das denn? Jetzt habe ich irgendwo drauf geknallt, aber wo? Ich habe das nicht gesehen. Ich habe noch etwas mitgenommen. Was weiß ich noch, was ich da jetzt mitgenommen habe. Ich fahre jetzt auch mal ein bisschen langsamer, sonst mache ich noch eine Folge. Das war's. Was? Das ist ein schönes Punkt drauf. Das ist ein schönes Punkt drauf. Na super. Ja, das Problem ist, ich hatte das letzte Mal auch gehabt. Du wirst hier sehen, was passiert ist. Mein Tank ist aber auch gleich hoch. Das ist auch gleich leer. Ja. Ich weiß nicht, ob hier überhaupt noch eine Tankstelle kommt. Die tanken könnte. Ich habe keine gesehen bis jetzt. Was ist denn jetzt? Ich habe die Technik-Age mit mir. Ich habe hier gehört. Wir haben das auch hier. Wir sind ja hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt, wenn ich den Auftrag abgegeben habe, dann müsste ich dann mal irgendwann mal tanken. Ja, aber vorher muss ich tanken. So, Eingabetaste drücken. Eingabetaste drücken. Na, jetzt geht auch noch die Scheibe. So, jetzt habe ich bestätigt. Ne, aber ich gehe jetzt auf über. Bestätigt nicht. So. So, Level 5 habe ich jetzt. Jetzt bin ich schon raus, Schatz. Du kannst ja rausgehen, ich bin alle fertig. Jetzt habe ich wieder eine Eignung, dann gehe ich jetzt die ZDF und anwenden. Soll ich jetzt mal so drinnen bleiben? Ich kann das mal so drinnen bleiben, ja? Oh, guck mal hier. Oh, hier. Aber da holst du die Woche machen, machen wir aber noch mal, ne? Warte, 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 warte. Ich weiß nicht, wie der da ist. Ach so, da kann ich jetzt mal... Das war eine schöne Fahrt. Das war eine schöne Fahrt. Das war eine schöne Fahrt. Das war eine schöne Fahrt.